Hallo und herzlich willkommen zu... One in the Chamber! Yay! Ja, genau. Und wenn alles... Irgendwie vom Shader her sieht das gerade so crazy aus. Du bist... Ich sehe dich und deinen Schatten. Und da drüber steht der Name auch noch im Schatten irgendwie so. Okay. In Spiegel schriftet. Ja, ist lustig. Jedenfalls, Fuchs nimmt heute, wenn alles funktioniert, mit auf. Was wir hatten. Natürlich in etwas schlechterer Qualität. Vielleicht schneide ich das Video so mit rein, weil dann wird es noch besser, die Qualität. Wenn es ein bisschen kleiner ist, das Fenster. Aber das werden wir dann alles sehen. Was vote ich denn? Achso. Slash vote. Oh, ist schon vorbei. Noch fünf Sekunden. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Läuft. Naja, egal. Egal. Finko dann. Dann zocken wir dich mal ab. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Warte mal. Okay, dann ist es einer. Ja, ja. Grace Perius hat angefangen. Jetzt geht los. Ah, ich habe Angst. Nein. Ja. Ich bin. Kallot. Das war's noch nicht. Aua, ich bin tot. Leute. Au. Verdammt. Ich bin fast tot. Einfach mal so One-Shot. Finde dich. Was? Was soll ich? Du siehst mich. Du siehst mich. Oh mein Gott. Kriege ich den? Ich glaube nicht. Ich habe übrigens keine Musik an gerade. Ich hoffe, das stört nicht so alt zu sehr. Ich habe auch keine Musik an. Alter. Aua. 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 Ja. Ich weiß, wie ich hier runtergekommen soll. Ja. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Nein, nein. Scheiße. Ja. Leck. Komm, komm. Leck. Was? Was? Ich habe ein Leck. Ich habe auch ein Leck. Dann gehe ich mal hinten raus gerade. Aua. Nein, nein. Eine Mega-Leck habe ich. Nee, aber das war ein Server-Leck gerade. Ja, mein Pfeil war auch auf einmal weg. Oh, nice. Der war schön. Warum habe ich auf einmal zwei Pfeile? Aua, aua, au, 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 au. Okay, der war ich gerade. Au, au, au. Au. Ach, ich bin tot. Nee, noch nicht ganz. Ich bin an dem. Ach, damn it. Oh, hau ich den weg? Hau ich den weg? Wie? Der hat den doch getroffen, oder nicht? Alter, ich bin tot. Scheiße. Spectator Player. Ähm, warte mal. Ich spectate dich mal. Oh, da war ja einer. Hallo. Geil, Alter, geil. Ohne Witz. Also, wenn alles gut geht, dann... Die Fläche, man hat mal rein. Dann haben die hier mal eine nette Runde. Im Gegensatz zu dir. Ja, kann doch mal, ne? Kann doch. Kann doch mal. Oh. Bist tot? Nein. Nee, ich hab noch drei Leben. Du bist sogar Platz... Wie, fünf? Vier. Fünf. Fünf, glaube ich. Oh, da hat's grad mir etwas gelegt. Legger, Noob, Hacker. Was? Noch zwei Leben. Wie lange haben wir noch? 54 Sekunden. Ja. Ich spectate dich weiterhin. Okay. Nett. Nett. Die Bitch. Mach's die kalt? Ist weg. Hab ich doch locker. Heber, lol. Oh. Guck mal diese Hebers, lols. Kacke, die hat mich. Die hat mich, ja. Heber, lols. Die hat mich. Schoko-Banane, was? Schoko-Rosine? Schoko-Banane? Soso-Cabinita? Alter, was haben die hier für einen Namen, Alter? Warum hatte ich grad schon wieder eine kleine... Weißt du, früher hatten wir nur deutsche Namen und heute... Deutsche. Achso, es ist ja auch ein amerikanisches, aber ich brauche mich... Ja. Ich wundere mich hier. Will ich auch hoffen, dass du mich wunderst. So, ich mach hier grad mal das Thumbnail. Oh, da bist du grad gestorben. Ja, ich bin jetzt tot. Du stehst aber noch in der Sitz... Lisse. Ja, ich weiß, ich bin ja noch ne... Ach, da steht man ja auch nachher noch drin, ne? Mensch, bin wir ja... Ja, da steht man noch... Sind wir hier im Hub? Ich bin im Hub. Oh, ne Chamber. Also, ich bin dran. Äh, 20? Irgendwie werde ich immer zurückgesetzt gerade. Äh, 20? 20? 20? Ich geh 20, also. Ist drin? Gut. Ja, ich bin drin. Wieso steht hier Wasser? Äh... Wo steht Wasser? Ja, das hatte ich letztens mit dem alten Rind auch. Ich weiß nicht, was los ist mit dem... Ich glaube, die haben hier ein Fail. Aber das interessiert die User anscheinend nicht. Äh... Hey, FIP 6D. Ah, who plays with Shader? Ich! Ich! Hier! Hier, Shader! Okay. Äh, slash vote. Ich hätte gern... 3 in the Chamber. So. Äh, 5-Words, das sieht gut aus. Einfach mal antworten. Hallo, Leute. Hi, Heber. Oh Gott, die ist wieder hier drin, Alter. Die verfolgt dich. Kennst du die? Nein, die hatten wir eben schon. Das war die, die ich... Team FIP 6D. Also, die hat dich da eben gekillt. Das war die hier. Oh, guck mal. Oh, ja. Die geht aber ran. Äh. Ich lass dich zweimal allein, ne? Gleich mal geschrieben. Swimming. Swimming, ja. Let's go swimming. Alter, sitzen hier alle in dem Wasser. Wie geil. Okay. Okay, dann sind jetzt zwei gegen einen, würde ich sagen. Ja, läuft. Ja, boit. Ich mach grad mal ein Screenshot. Schwimmen sie ja alle. Best friends forever. Yeah. So, jetzt geht's schon los. Geht's schon los, Alter. Geht's schon los. Was war los? So. Ich weiß nicht, wie man sich mit dir spielen soll. Ja, einfach nicht abschließen. Hinter dir. Hinter die Mädchen. Hinter dir. Das war in den Kopf. Ja. Mich hat er auch getötet. Das war ich schön. Muss ich sagen. Warst du neben mir? Nee, war neben ihr. Hab ich den getötet? Nö. Schade. Nein. Ja. YOLO. So, ähm. Wir töten. Wir springen. Wir schlafen. Wir töten. Wir... Nein. Du Penis. Aua. Aua, 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 aua. Oh. Du bist doch tot, Alter. Du bist doch tot. Du bist doch tot. Nö. Oh, doch, bist du. Sag ich, ey. Ich glaube, das war ein Gegensatz zu dir. Ja, ich sterbe ja auch in einem Ator, weil ich so schlecht bin. Ach. Oh, die hat dich getötet. Da kommt einer von hinten. Ich glaube, die hat dich getötet. Er, es. Er, sie, es. Wie? Äh, Wilfried? Wilfried. Gustav. Mir ist gerade nichts anderes eingefallen. So. Nicht irgendeine. Ähm. Poolparty. Ich weiß nicht mal, wo das Mädchen ist. Äh. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ah, der hat mich getötet. Revox! Oh Gott, beide verfehlt. Dich, welche, dich. Mit TF, wie viele Pfeile hat der? Oh. Wenn sich zwei streiten, freut sich der... Jawohl! Jawohl! Gleich zwei Doppelkill. Ja. Yolo. Yolo Molo. What? Aua, tot. Oh. Du stehst über mir. Ne, 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 mein Freund. So, so. So haben wir nicht gerechnet. Alter, ich bin... Ich bin einfach der... Der, der Überking, Alter. Ich bin Julian. So, was? Äh... Ja, 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 ja. Er hat in die Just-Judits-Block-Bette geguckt, he? So. Getötet, Alter. Getötet. Was da los? Ja, ein vier. Beide. Beide vier. Ja, guck dir mein Score an. Fünf. What? Da steht er gleich mal ganz oben. Ne, dritter. Wie kriegt man zwölf hin? Entweder ich hab ne... Da ist man wirklich... Es geht... Ah! Ja! Aua! Das ist so eine Reaktion. Ach, du Penis. Wurde Steve recht. Wurde ich? Na, komm schon. Er war doch genau... Genau in den Rücken, Alter. Was da los? Du triffst mich nicht, du Bitch. Wie viel Leben hast du noch? Alter. Ich komm nicht drauf klar. Was haben die für Schwerter? Wo kam der denn her? Wo steh ich denn? Ich stehe ja völlig neben mir. Ich spektate dich übrigens und fang deine Pfeile ab. Okay. Aber, ja, danke. Seht ihr auf mich? Hallo, ich stehe vor dir. Sehst du mich? Sehst du mich? Ne, ich sehe gerade. Sehst du mich? Hallo. Ach, komm. Wir haben schon acht Minuten. Ich würde sagen, nach der Runde, wenn die vorbei ist... Ja, ist hier vorbei, ne? Ja, glaube ich nicht auch. Das könnte gut sein. Ja, ich bin tot. Du bist tot. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal in die Lobby und... Guck noch mal so ein bisschen. Ich wurde rausgeschmissen auch. Mache ich noch den Jump'n'Run? Hier gibt's kein Jump'n'Run. Natürlich. Nein. Wenn man zur Arkade reingeht... Nein, Alter. Ja, jedenfalls... Haben wir jetzt schon neun Minuten. Und ich wollte sagen, wir machen das mal so als Experiment. Ihr werdet's dann sehen. Entweder ist er in meiner Aufnahme eingeblendet oder in die Qualität gut genug. Das machen wir's auch als eingestellt in dieses Video. Das wissen wir aber noch nicht. Er wird's jetzt mit seiner Holzleitung hochladen. Wird mir dazugekommen, dass seine Holzleitung keine Bambusleitung ist, weil Bambusleitung hat ja bestimmte Voraussetzungen, ne? Und eine Bambusleitung, das kann sich ja nicht jeder so nennen, ne? Bambusleitung, ne? Ja, da stehen schon Kriterien. Genau. Ich hoffe, es hat euch diese Runde Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Runde One of the Chamber oder einigen anderen Arcade-Games wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschau. Tschüss.